Er raubt und plündert. Er brennt und mordet. Mit seiner Bande überfällt er die Postkutschen, sprengt er die Viehherden. Die verängstigten Siedler wissen sich keinen Rat mehr, bis... Ah, bis Fuzzy erscheint. Fuzzy Hugo Jones, der Held ungezählte Abenteuer. Mit seinem Freund Tom Cameron. Fuzzy greift ein. Ja, jetzt hast du ausgespielt, Luke. Hände hoch! Ich werde dir später alles erklären, aber dieser Kerl, da ist ein Schuff, Tilli. Sie sind kein Schuff, verschwinden Sie aber schnell! Bravo, eine echte, Herr Mann! Ich bin noch nie auf den Kopf gefallen. Du bist doch nicht Bulthena, Mensch. Los, weg mit dem Lappen! Hey, Armanulla! Armanulla? Darf ich dir einen Teppich unter deine Füße walten, damit du sie dir nicht beschmutzt? So, bitte sehr. Danke sehr. Das nächste Mal wischen wir den alten Lumpen vorher. Halt den Lumpen, sagt ihr zu deinem Wrang! Halt, Herr! Das ist eine falsche Beschuldigung. Feigling, das sieht ja ähnlich. Gib das Wegegeld raus, aber schnell. Ich hab keins! Komm, ich rate dir, rück mit dem Geld raus, Mensch. Aber ich schwöre dir, Herr Schirr! Hey, Sie, für das, was Sie da machen, werden andere Leute reingelockt. Ja, wegen Körperverletzung. Wenn man das hört, kriegt man ja Gallenkrämpfe. Ja, und Ihre Gallen ist wohl im Finkel? Ja, sehr. Dieser falscher Wind, ich wusste doch... Lass mich doch los, Mensch! Schläge, Hündi! Ich möchte raus! Aber doch jetzt nicht, wo uns die Mörder auf den Fersen sind. Ich muss aber noch mal raus, bevor ich sterbe. Hände hoch, sonst rück ich ab. Huh! Los, raus, komm! Hände hoch, sonst... sonst schieße ich. Die Suppe ist fertig, na? Hup! 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 Hup!